hui wir machen jetzt mal mauras quest die mailer quest oh ein pfeil und dann auch die quest mit den maulwurfsratten den maul rats ich werde wahrscheinlich jericho draußen lassen oh ein pfeil und selbst reinschauen weil im notfall muss ich halt einen stealth boy rauspacken damit ich da runterkomme warum stehen wir hier rum wenn es überall jede menge action die warten labern sie nicht rum ich will hier nicht den ganzen tag nutzlos rumstehen so ist das nun mal ich werde nicht reinkriechen durch das wasser wasser ist tödlich wasserschlucken geht gar nicht naja schaut so aus als wäre ich durchgekommen mit meiner taktik ist ja nicht das erste mal dass ich das spiele obwohl die tag meine playstation macht geräusche obwohl die taktik mit den sheriff unter bombenschärfen nicht aufgegangen ist vielleicht die quest gar nicht markiert arm aufgaben und zum aufer zurück ja na echt eine schwere quest hat diese erfahrung gerade eines stealth boy und ohne maulags vorher zu vernichten natürlich was anderes aber so geht die taktik nun mal schön gewartet jericho auf mich das ist ganz schön lang der schwarze bildschirm gerade wird mir gar nicht ja ich würde hier mal wieder eine längere session machen spiel eine längere follow 3 session also das spiel kackt gleich ab was mir nicht gefallen würde ich würde schon mein audio reparieren müssen da brauche ich keine aussetzer auch schon ok so viel so viel kack so viel kack gerade ich starte neu ich starte neu ich sehe euch in kürze aber mir ist so etwas für einen tag der technischen probleme was soll der scheiß ja 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 sorry ok auch die probleme audio ganz weg und jetzt auch noch das hier und die hauen ab stürzen wir uns in die die action jede menge action ja ich brauche hier dass wer anders für mich redet bis ich meine motivation wiedergefunden habe nach der nächsten folge wahrscheinlich und mein licht komischerweise falsche seite von hier ein bisschen komisch rein scheint und ich kann da bisschen wahrscheinlich geglitscht ausschaue ja was solls ok da ist eine waffe geglitscht wo ist der sheriff habe ich schon lange nicht mehr gesehen ist er das ah er lebt ja doch noch schön für ihn da ist mein plan ja nicht aufgegangen mit sheriff vernichtung moira hast du offen zur abwechslung mal schön toll richtig toll ja 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 ich habe ein gutes signal reingekriegt aber was halten sie ausgehend von ihren beobachtungen aus nächster nähe von ihnen tatsächlich sie nehmen mich nicht auf den arm machen sie das wirklich so ich glaube ich muss abwarten was der beobachter sendet ja einige dieser kommentare hier über ihre tarnung und panzerung brachten mich auf die idee einer verstärkten neutral gefärbten kopfbedeckung hier als dank für die zurückhaltung ach ja ach ja hier so ist es möglich ihnen auch in zukunft aus dem weg zu gehen stoffi breiterhut das ist eine art abwehrmittel gegen maulwurfsratten das ich entwickelt habe bevor ich aber weiß ob es ein erfolg ist muss es noch getestet werden ich frage ungern aber ich muss die auswirkungen schwerer physischer traumata untersuchen natürlich kann ich die probanden danach wieder herstellen und das sollte für das zweite kapitel genügen welchen teil davon wollen sie überprüfen mein kopf schaut extrem rot aus in diesem licht maulwurfsratten können sich fast überall eingraben und jede menge ärger verursachen daher werde ich einen chemischen abwehr stick entwickeln ich muss das rezept fürs handbuch aber erst testen daher müssen sie ein paar maulwurfsratten finden und ein wenig herum experimentieren ich werde das abwehrmittel testen es geht kinderleicht ein schlag mit dem applikator und sie fühlen sich miserabel sekunden später sind sie weg vom fenster sie könnten maulwurfsratten zum testen nehmen nehmen sie aber gleich zehn oder mehr davon in den abwasserkanälen der innenstadt gibt es eine menge ich glaube ich habe noch nichts zu verkaufen ich habe mir mein inventar nicht angeschaut ich denke ich habe das letzte folge übernommen nach der letzten folge breiter hut wie schaut der aus ich habe noch keinen hut wie mache ich nein nein ok normaler breiter hut oder was sagst du jericho werden wir dann unmöglich langen loading screen kriegen schleichen und wahrnehmen ist eigentlich ziemlich gut kann man gebrauchen duks wohnung und so viele modes installiert so viele modes installiert upload ich habe ich das jetzt das kommt raus an dem gleichen tag wo ich die p2p als strafe vorge aufgenommen habe red kakis ok gehen wir mal red kakis zerlegen gut dann werden wieder red kakis zerlegen gut dann werden wieder red kakis zerlegen ach ich hätte das so gern mit mods gespielt ach ich tue nur rummeckern ach ach ok ok hier rein hier rein ja ich muss den morbus ratenstab auch ausrüsten apfer mittelstab it's just a stick nur ein holzstab mh gericho ich kann ich licht anschalten ok ok warte mal ja was gibt's labern sie nicht sorry du killst mir nur alles ich glaube ich muss sie sogar mit den stab erledigen damit ich die erfahrung bekomme drei mal vorsraten dann können wir alle zerlegen Jericho klingt gut war doch nicht eine perfektes screen von der die gezählt das nicht muss mir ein bisschen schaden behalten recht recht die nächste mission darauf gehend machen wertvollste so viel erfahrung und geld das altmetall gold nennt man es sieben weiteren malbus hatten also ich muss sie schlagen das ist nicht was ich sehen will was habe ich für sowas gleisgewehr habe ich noch nie getestet so viele andere spiele wieder gespielt die tasten wieder ziemlich gute snaps ja ich habe das ja nicht ich habe das ja nicht nein das wird nichts wenn wir mal auf die andere seite ob du noch malwurfsraten zieht wenn er verträgt der malwurfsraten ach ich habe da schon das licht an töchentliche probleme nein hier gibt es nichts mehr da kann ich jericho mitnehmen zum radar fighten nicht das werde ich mir nach diesen missionen ich glaube dass man gar nicht mehr so viel hat bibliothek kommt von dem morgen noch ansonsten andere mission glaube ich noch aber nicht da muss man so viel mitkommen was soll der scheiss ja ja bereit für action ja stürzen wir uns in die eigentlich bereit zum schlafen aber da wird nichts draus das will nun meinen schlafrhythmus noch mehr zerstören das gleisgewehr schon auf einer taste nein glaube ich nicht hotkey rechtlich perfekt ich habe schon wieder keine hey diese verdammten raider haben meinen maugusraten getötet das draufklopfen ist so geil altmetall nichts hier ok ich habe große hoffnung dass ich dieses spiel sogar schaffe auf permadeath solange ich nicht mich zu sehr ablenken lasse und nichts anderes dazwischen zu viel spiele ich mache gerade hauptsächlich modding content und spiele nicht wirklich viel da haben wir was noch am leben kommen wir hier noch rein ich glaube das war es sogar mit radon hier drinnen jetzt machst du jericho wo ist das mit radon jericho was gibt es hier maugusraten ich brauche nur zwei schläge nein 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 verdammt verdammt ich werde sie so richtig schön fertig machen ich werde sie so richtig schön fertig machen wie ich das vermisst hab ja was gibt's labern sie nicht verdammt hier warten verdammter verrückter 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 wir warten wasser bose hier wieder mal tote leer gelötete auch noch und hier geht es dann weiter muss ich hätte ihn gleich drüben lassen sollen wenn ich das gewusst hätte das einfach nur los 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 was soll der scheiß ich stehe hier schon ewig okay ich bin bereit für mehr action 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 ich und mein maulwurf starb sonst wird nicht meine fahrt wir drehen am rad so dass rock soll dann brauche ich wieder ein kleines gewehr oder so ich bin bereit für mich nicht raus geh granaten und minen viel zu rot gut 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 granaten und minen gefährliche kombi alles dunkel ich werde auf meinem bildschirm fast nur auf dem desktop bildschirm schaut euch diese minen überall an mein gefährlich nein schon ganz wollte ich mir auch noch holen lassen wir das mal nein vielleicht kann ich das auch so hacken oh nein nein lass mich raus keine klitsch ist mehr heute no ist das das minenlager no ich werde nicht versuchen mich selbst zu verschwimmeln hey bro no das funktioniert nicht nein das nein super super ich bin tot super gut war das schon alles ich kann es kaum erwarten sehr schön immer schon drauf klopfen immer schon drauf klopfen Bier ne ok jetzt bin ich schon überall laden nicht wieder sturmgewehr nützen sturmgewehr radar ja zu viele bloß zu wenig bloß lungebox die brauche ich für Trunkhofen minnen jetzt gehen wir hier rein wo die radar waren ich glaube ich war schon mal hier ja so den radern dazu gehört das gewicht ist das oh diens buh nice aus dem weg aus dem weg aus dem weg ich muss unbedingt schauen dass ich diese Schadensmission so schnell wie möglich hinter mich bekomme ich werde es vielleicht nicht mal 100% machen dass ich die optionale Mission vielleicht einfach nicht dazu mache aber das ist einfach nur mehr leben verlieren das brauchen wir nicht ich habe was gefunden ein ach egal war nichts nutzvoll dieser cherry coaster nutzvoll ja jetzt haben wir hier wieder ein sturmgewehr ja ohne abend überfüllt hm wie schwer ist der drei und ich werde gleich wieder überfüllt sein story of my life Nichts wert, das nennen wir mit, wir lassen schon 10 mm zurück, andere Zeiten sind das. Uff, wieder ein Sturmgewehr, bisschen zu schwer, bisschen zu schwer, glaub ich sollte einfach ohne Sturmgewehr spielen, alles reparieren und verkaufen. Ah, ich hab ja Jericho, um Sachen aufzulagern, vergesse ich immer, Jericho, das ist einmal nutzvoll, er hat schon hoffen was, um, nein, keine Zigaretten für ihn, kein Fahr, um, unser Fleisch, braucht ihr das sicher, Appellation, tun wir das, tun wir das, braucht dafür, ja, genau, für Glasgewehr, für Glasgewehr war das, Minen, 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 nicht auch alle verkaufen eigentlich, ich hab auch schon welche zu Hause gelagert, bei mir, in der Wohnung, im Zimmer hinter mir, alles voller Minen, das Minenzimmer. Das gefällt mir gar nicht, die Pose, ich will hier nicht den ganzen Tag nutzlos rumstehen. Ja, 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 cool. Ist cool, Jericho, ist cool. Okay, Abwehrstick, das ist er nicht. Wo ist der Abwehrstick? Komm schon, du auch noch. Hey, das war's. Okay, welchen mitnehmen für die restliche Tour, Gratulation. Was soll der Scheiss? Ich... Oh, eine Minute. Ich bin bereit für mehr Action. Oh, nur eine Minute. Ja, stürzen wir uns in die Action. Ach. Der Platz. Okay, was haben wir sonst noch hier? Wir könnten fast noch ein bisschen Schaden vertragen, das könnte ich. Ich glaube, unter 35 muss ich sein, für die optionale Nebenquests. Oh, jetzt bin ich ziemlich niedrig, das sollte reichen. The firing squad. Oh. Ich werde die Tour übernehmen. Das ist schon alles. Obwohl, das... Sie ist ja direkt vor mir. Ich bin nicht sterben, natürlich nicht. Wo ist sie? Wo ist sie? Ja, wo ist sie denn? Kein, abgehauen. Wer, die kommt noch mal zurück. Großenleicht, das Rocketeerszimmer. Wann habe ich da gerade Feinde gesehen? Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Ganatenkiste, okay, die werfe ich zurzeit nicht. Ich will nur raus hier, nur raus hier, ich will keine Miene hupfen, jetzt muss ich mich mit Panik heilen. Vielleicht hat er da volles Leben? Nein, oder? Was haben wir hier noch? Hier und jetzt? Sollte ich was machen? Dann sollte man immer sofort machen, oder? Ja. Hmm. Eller mit, eller mit. Nein. Nein. vielleicht nein danke rücken wollten wir schon aber wenn wir was besseres finden wieder ich sollte nicht den schweren rücken setzen da gibt es andere skills die mir beim überleben helfen power force zum reparieren sehr schön für fisto apropos reparieren das muss ich auch noch hochwürgen ok ganz vorsichtig jetzt sein ganz vorsichtig immer vorsicht ich schätze die haben die raider getötet hat die raider borrowed das perfekte leben wenn so ein modul das wird gebraucht aber wenn das mit bringt das wird es gebraucht extrem paranoid extrem war meine kampfrüstung aus muss repariert werden dann wir runter zuerst da ist die raider brot gestorben anscheinend das sind nein der werkzeugschrank war doch völlig aus hart metall muss weiter finden So viel Alt-Metall, ist das geil, Handy, Alt-Metall, Alt-Pügeleisen verdammt, verdammt dann nehme ich das Bügeleisen mit, weg damit, 5 Kilo ist wert, ein gutes altes Alt-Metall, wer macht das junge Alt-Metall, egal, was machen wir, und zwar mal nur viel wert, Cherry Bombs, keine Ahnung, wo ich die hab, Cherry Bombs, nein, hat er auch nicht, hat 12 Alt-Metall, das wird Erfahrung geben, oh boy, wir müssen uns nur leben, Terras schlafen, wir müssen uns in die Aktion, das wir abnalskan, das wir abnalskan, Ah, bitte keine Talos, Leute. Georgetown, das ist ein nicht gefährlicher Ort, überhaupt nicht. Ganz angenommen Ort. Georgetown West entdeckt, okay, raus hier, raus hier, raus hier. Verdammt. Rein hier, rein hier, rein hier. Vorsicht, verdammt, die kommen doch nicht hier rein, oder? Das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Ich probiere es mit Staff Boy, wurscht, ich habe genug von denen. Ich bin einfach hier raus, bin so perfekt drauf vorbereitet. Das Ende, nicht das Ende der Tod, das Ende, das Ende. Was? Nicht überladet, oder was? Das sind so viele Gänge, da gehe ich nicht raus. Da gehe ich nicht raus. Ah, lange Weg zurück, verdammt. Solchen Staff Boy auch verbraucht. Lange Weg zurückfinden ist so schwierig gerade. Ich würde wahrscheinlich, nachdem ich dieses Spiel fertig habe, mich in Fallout 4, Fallout 4, Fallout 4, Fallout 4 rein stürzen, mit dem Permatev, mit dem nächsten. Ich habe Fallout 4 gerade heute, oder mitten in der Nacht, gestern runtergeladen, um das London, den London Standard Teaser, Standalone Teaser zu testen. Und jetzt bin ich bereit, auch das Fallout, das Spiel zu testen und zu spielen. in englisch in englisch nichts deutsch diesmal so viele views kriegt er sie gerade nicht rein aber ich glaube da ist der replay oder rewatch value von diesen vielen nicht so schlecht doch ich bin richtig bin doch richtig jetzt brauche ich nur keinen tal und vollkoffer oh wir sind weit gekommen wird wieder längere folge wird das wasser auszutauschen das stärkere und dann wird das licht für die nächste folge einschalten da und jetzt kann ich schlafen ich kann nicht schlafen gehen was ist los ich kann leben wenn ich warte kann nicht einfach tag sein muss ich wieder bis zehn uhr warten dass die wo die offen hat nein nein aus die warttaste jetzt ich lieben zurück bekomme ich angepisst aber das glaube ich nicht nur mal sollte nicht der fall sein neura weiter suchen und dann die legendären waffenhunde ich mir auf den plan gesetzt vorbe jungen ich kann es kaum erwarten zu erfahren wie das abwehrmittel funktioniert wo soll ich leben ausgezeichnet gründliche praxistests exakte berichte und dann dieser eifer was könnte ich von einem wissenschaftlichen mitarbeiter mehr verlangen und wie funktioniert mein chemisches abwehrmittel traumhaft sauber und sicher oder das ist ja grässlich sie sind grässlich dieses zeug ist grässlich alles ist grässlich nach so vielen tests lässt es sich nicht mehr korrigieren behalten sie es womöglich finden sie einen besseren verwendungszweck obwohl ich bezweifle ach und für ihre mühe nehmen sie die restlichen medikamente von der arbeit am abwehrmittel sicher können sie sie irgendwie gebrauchen was gibt's chat drogen psycho mehr drogen jetzt mit drogen voll geschmiert super ich hatte noch nie die chance einen schwer verletzten zu studieren jedenfalls nicht ohne elendiges flehen ihm schnell ein ende zu bereiten sie halten offensichtlich sehr viel aus falls ich also je etwas über anatomie und resistenz suchen sollte werden sie mein anschauungsobjekt sein wenn sie sich das nächste mal schwer verletzten kommen sie zu mir damit ich sie untersuchen und kurieren kann sie werden sich doch verletzen oder ich bin ja das nach einem knochenbruch die verhalten knochen stärker sind der job ist also sogar gut für sie falls ich ihr leben retten kann ganz konkret erhalten sie von mir einen modifizierten umgebungsanzug was sagen sie dazu was für ein großartiger assistent sie sind das nenne ich echte hingabe durch selbstverletzung zu demonstrieren wie man schmerzen aushält wow kommen sie mit ein paar ernsthaften verletzungen vielleicht ein paar verkrüppelungen zurück damit ich notizen machen und sie wieder kurieren kann ich werde hiermit kiloweise bandagen auf sie warten also holen sie sich ruhig ein paar grässliche verletzungen und seien sie vorsichtig ja na wie geht's ich bin doch schon verletzt ich bin doch schon verletzt ah ah na wie geht's ich selbst könnte wohl kaum ein objektiver beobachter sein nicht wahr das würde die gültigkeit des ganzen experiments ruinieren nebenbei bemerkt sie würden mich doch nicht erschießen oder vielleicht ist es am besten wenn ich sie für eine weile alleine lasse meinen sie nicht auch ne oh oh wissen sie es gibt ein neues rezept zur zubereitung von red kacka lakenfleisch schmeckt leider trotzdem nach käsefuß Wie geht's denn so? Zum Idiom. Na, wie geht's? Sie haben Glück. Ich bin nämlich eine ganz passable Ärztin. Jedenfalls gut genug, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Sie haben nicht zufällig einen gebrochenen Körperteil? Nein? Naja, macht nichts. Würden Sie jetzt bitte beschreiben, wie Sie sich fühlen? Ah, ist ja schon gut. Es tut mir leid, dass ich überhaupt gefragt habe. Sowas aber auch. Gut, erst mal ausruhen. Ich schau mal, was sich machen lässt, sobald ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Oh je, wie kann man denn nur so rumlaufen? Was? Mich nackt? Nichts passiert, kein Problem. Naja, ein bisschen was ist schon passiert, ist aber trotzdem kein Problem. Hier, für den Fall, dass Sie sich wieder verletzen und ich nicht zur Stelle bin. Ach, Sie. Natürlich ist es fertig. Ich glaube, dass ich Ihren spöttischen Humor gut eingefangen habe. Ironisch, aber dennoch zweckmäßig. Ich kann Ihre Sticheleien gut verkraften, solange Sie nur zuverlässige Forschungsergebnisse liefern. Ach ja? Sie wollen ja Ihren Lohn. Hier, nichts drückt wahre Liebe so innig aus wie große Munitionskisten. Nicht wahr? Und jetzt zum nächsten Kapitel. Mhm. Ja, 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 ja. Das letzte Kapitel ist etwas esoterischer. Es geht um das Überleben der Menschheit als Ganzes und den Wiederaufbau der Gesellschaft. Tiefsinnig, was? Wir wollen herausfinden, wie große Siedlungen gegründet und alte Technologien eingesetzt werden. Auch brauche ich Geschichtsinfos aus einer Bibliothek. Wir sind auf der Zielgeraden und sollten nochmal zum Endspurt ansetzen. Was wollen wir zuerst angehen? Ich kann mich an die anderen zwei nicht mal rinnen. Bibliothek ist weiter unten und ich gehe jetzt hier rauf. Oh no. Oh no. Ah. erfolgreichste aller siedlungen der überlebenden aber keiner weiß genaueres über ihre anfänge natürlich deswegen ist es ja so wichtig zu wissen wie so ein ort erfolg haben konnte gehen sie also hin und forschen sie ein bisschen nach okay dann lassen sie uns das ja nicht wahr ich habe fast nur mit schrott zu tun aber ein händler gab mir dieses rocco prozessor gerät er sagte es sei ein vermögen wert er sagte wenn man dieses gerät an den zentralrechner im rocco werk anschließt erhält man zugang zu allen möglichen robotern das wäre ein tolles beispiel dafür wie man technologie nutzen kann nicht wahr es sollte möglich sein das gerät in der rocco produktionsanlage an den zentralrechner anzuschließen um zugriff auf roboter und terminals zu haben gut hier und halten sie die augen offen nach anderen beispielen dafür wie sie alte technologien da draußen für sich nutzen können da ich keine heckfähigkeiten habe wahrscheinlich gar nicht okay 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 ich muss viele sachen loswerden ja das passt mir schon besser das passt mir schon besser weil hier würde ich hin für die schuld kann okay okay ja die folge ist mal vorbei ich gehe ewig viele sachen verkaufen bis zum nächsten Mal